Ok, ich finde das Covid-Ding nach. Du, der da so leuchtest. Ah, hier. Natürlich. Bei der Riemen kommen wir in die Zwirn. Wie ist das? Und nochmal eine offizielle Sprecherei und zwar mache ich jetzt den dritten. Da muss ich hin. Schauen wir uns doch mal die Gegend an. Hier vorne eiert einer rum. Da hinten eiert einer rum, der gefährlich ist. Jetzt nicht mehr. So, was heute schon weg ist, kommt mich morgen nicht mehr stören. Wie der da. Ich bin da rum, dass sie noch stehen, der gefällt mir. Und was das auch immer darstellen soll. Der da ist auch nervig. Wenn ich hier jetzt schon snipern kann, dann gucke ich mir an, was ich hier schon weg machen bevor ich mich später ärgere, dass da an einem Weg steht. Ich brauche mich schießen und das noch. Der Snipermann, weil er snipern kann. Da gehe ich gleich auch nochmal rein. Da kann ich auch rein. Ich nehme mich mit. Oder mich. Gut. Ich mache dir etwas weg. Ich mache mir das weg. Ich mache mir das weg. Ich mache dir vielmehr. Ich mache mir das weg. Ich mache mir das weg. Ich mache dir ganz gut. Ok, da wo ich unbedingt rein wollte, kamen welche raus. Hey, Cyberman! Grüß dich bitte! Geh! Ach, da brauchst du noch einer drin oder was? Und zerschießbar aus Glas. Ja, das ist klar. Ach, da brauchst du noch nicht. Jetzt kommen wir zu dem hier. Oh, heller. Warum konnte ich den nicht von draußen erschießen, ne? Hier kann ich aber schon von hier, aber hier. Ja, da brauchst du noch nicht. Ich würde gerne noch zuhören, aber ich muss hier leider mal weiter stehen. So, was haben wir hier noch? Die Tür noch. Das war's. Da läuft auch Musik hinterher. Schnell! Nein, die 20er rein durchschneiden. Ich weiß nicht, dass ich anhört. Try Cyberman. Du könntest auch mal nachladen, wenn du merkst, dass leer ist. Ja, cool. Das war knapp. Ich werde nicht weitergehen. Ich werde nicht die Worte auf dem Schwerst zu machen. Ich werde nicht sagen, dass die Worte auf den Schwerst zu machen. Ich werde nicht die Worte auf dem Schwerst zu machen. Einer fehlt noch, daaa Gut, wenn ihr euch so aufdringt, dann guckt ihr noch mal hier nach, wie noch was ist Nein, sie wollten mich noch aufhalten, na schön Ja, ich nehme die hier zu flippen, das soll's Ich hab's entscheid... Warum bewegt er sich? Was ist da los? Weg ist er Okay, ein relativ kleines Stück von der Strecke hier Okay, kann ich's So, da hier so wenig steht und kein Endgegner kommt Denk ich mal, dass es hier nichts gibt Außer wirken die aus... na Ich hab schon vor allem was komisch an den Stellen auswachsen sehen Na dann, gehen wir doch mal in die Town Hall rein und gucken mal, ob der Sprecher hier wirklich und... was hier passiert ist und sowas Spielgesprecher Komischerweise sind die Viecher ja alle gut Rote Brust, kaputte Brust... Rote Brustkorbel Also skelettierte Kippe der Besitzer ist inzwischen tot Dessen Besitzer ist auch tot Aber an der Bar ist wie in die Sonne zu trinken Und dann... Genau Sonst ist kein Weg gewesen gewesen Und ein Wesen gesehen worden von mir Das ist auch alles kaputt Hier könnte man... Ach, Aschermücher mitnehmen Könnte man was hinstellen Das Fenster aufmachen Und dann... Die Munition hier mitnehmen... Könnte man auch... Gut... Und wir können hier oben auch mal angehen... Wieso sind hier alle tot? Und vor allen Dingen, was ist das da? Das oder zu nix? Okay, für die nächsten Run merken, da ist nix. Aber hier ist es. Ein Speicherpunkt. In Stile von Resident Evil. Mal gucken, ob ich den vierten habe. Nein, den dritten. Und das ist wirklich schon... Nein, okay. Verlassen. Was? Looks like he took the train towards the coast. North of the city? The Doom Chapel, of course. How do I get there? Well, there's a train in the town hall station. Needs filling up with water and coal, but it should still run. Okay, I will leave right now. Wait. You have to cross the old canal to reach the city gate. Is that always? Nobody's been there for a long time. Well, do I have any other choice? Thanks for warning me. But I need to go. No matter what. Alright. Just don't say I didn't warn you. Das hier erstmal die Waffe klau. Wasser klau. Und um gucke. Und nochmal gucke, ob ich was an Stcollettisch mitnehmen kann. Abgesehen von dem Foto, was ihn und sie zeigt. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich wirklich der Anführer ist und wir gehen nochmal auf den Balkon und auch nein. Na, gucken wir erstmal nach. Was macht das Journal? Da gibt es einen Zug am Bahnhof, den ich benutzen kann, um zur Kapitel zu reisen, wo sich Walter versteckt. Da war doch eine Schreibmaschine und die Szene nicht wieder zurückverlassen. Na gut. Okay, dann gehen wir hier lang. Wir wundern uns ein bisschen über, warum stehen die drauf, da ist doch keine Schiene drunter. Die leht echt nicht nach, ne? Nein, kommen wir in. So, da. Das sieht nach drüben aus. Das sieht nach Spiegel speichert aus.